Klassische Web-Architektur Es gibt einige Komponenten, die in gängigen Frameworks oder Web-Applikationen an der Server-Seite wiederkehrend vorkommen. Das sind zu einerseits der Front-Controller, der alle Requests entgegennimmt. Über den Router wird ein entsprechender Action-Controller ausgewählt. Dieser nutzt ein Model und eine View, um einen entsprechenden HTTP-Response zu generieren und diesen wieder an den Aufrufer, den Client, zurückzusenden. Im Folgenden sollen diese Komponenten etwas detaillierter dargestellt werden. Es gibt ein bekanntes Design-Pattern, das nennt sich Front-Controller. Das wird generell in Web-Applikationen an der Server-Seite verwendet. Dieses Design-Pattern beschreibt, dass alle HTTP-Requests, die eingehen in eine Web-Applikation, von einer Komponente abgearbeitet werden sollen. Diese Komponente nennt sich eben Front-Controller. Das heißt, es gibt nur einen Eingangs-Store zur Applikation. Dieser Front-Controller bearbeitet also alle eingehenden Requests. Mithilfe einer zweiten Komponente, des sogenannten Routers, wird bestimmt, welche Actions, nennt man das, von diesem HTTP-Request ausgeführt werden sollen. Diese Actions sind verantwortlich, um eben einen entsprechenden Response zu erzeugen. Actions werden eben auch als Action-Controller oder Application-Controller bezeichnet. Diese Routing-Komponente nutzt verschiedene Regeln, um eben aus dem HTTP-Request abzuleiten, welche Action ausgeführt werden soll. Das sind zum einen die HTTP-Methoden, der HTTP-Request-URI, aber es können auch weitere Aspekte verwendet werden, wie bestimmte HTTP-Header, zum Beispiel die Accept-Language, um eine Sprache auszuwählen und dadurch andere Action-Controller oder Actions auszuführen. Hier gibt es im Prinzip verschiedene Aspekte, die hier zunutze genommen werden, um eben eine entsprechende Action auszuwählen. Die Auswahl dieser entsprechenden Action auf Basis des HTTP-Requests wird aber von dieser Routing-Komponente durchgeführt. Das klassische Model-View-Controller-Pattern kommt erst nachgelagert zum Einsatz. Das heißt, der HTTP-Request wurde bereits ausgewertet oder wurde bestimmt, welcher entsprechende Application oder Action-Controller oder Action das C quasi in dieser MVC-Architektur ausgeführt wird. Der Controller nimmt diese Nachricht vom Front-Controller entgegen und initiiert einerseits ein Model oder mehrere Models, je nachdem, wie eben die Geschäftslogik repräsentiert ist. Das heißt, diese Models repräsentieren die gesamte Logik der Anwendung. Das heißt, ein gängiges Design-Prinzip, das hier verwendet wird, ist das sogenannte Domain-Driven-Design. Das heißt, das Model abstrahiert vollkommen von der Applikationslogik und repräsentiert nur die Geschäftslogik. Also nur die Geschäftsprozesse, ohne dabei in irgendeiner Form die Logik des User-Interfaces oder die Logik der Kontrolle, wie die einzelnen Komponenten in der Applikation zusammenspielen, enthält. Also nur Geschäftslogik. Die View ist eben nur dazu da, das User-Interface zu interpretieren oder zu erzeugen. Eine View wird meist über Templates repräsentiert. Das sind im Prinzip Vorschriften, wie das HTML, das eben vom HTTP-Response an den Client zurückgesendet wird, aussieht. Der Controller übernimmt eben entsprechend die Aufgabe, diese MOL und Vue zusammenzuführen, um eben diese entsprechenden HTTP-Response zu erzeugen. Blicken wir noch etwas detaillierter auf dieses Routing. Da geht es ja darum, den HTTP-Request mit einem entsprechenden Action-Controller zu verknüpfen. Da gibt es generell zwei prinzipielle Ansätze, wie man diese Router konzipiert. Es gibt einerseits den Ansatz der Convention over Configuration. Das heißt, es gibt keinerlei separate Konfiguration des Routings. Das Routing wird allein von gewissen Konventionen abgeleitet. Das bedeutet zum Beispiel, man nutzt die Ordnerstruktur der Software-Applikation und setzt diese zum Beispiel mit der Request-URI gleich und wählt Controller anhand dieser Struktur aus. Ein anderer Ansatz ist eben der Configuration-Only oder Configuration-Over-Convention-Ansatz. Dabei gibt es eine Konfiguration, die bestimmt, wie eben die einzelnen HTTP-Parameter ausgewertet und verwendet werden, um eben die entsprechenden Controller oder Actions auszuwählen. Sehen wir uns noch ein konkreteres Beispiel an. Stellen wir uns vor, die Domain-Example.com hat eben verschiedene Routen definiert. Diese Routen werden über URIs definiert. Der Router hat ein gewisses Regelwerk hinterlegt, um auf Basis der Routen den entsprechenden Controller oder die entsprechende Action auszuwählen, die eben für diesen HTTP-Request verantwortlich ist, um einen entsprechenden Response zu erzeugen. Die Views der Anwendung werden meist eben über Templates repräsentiert. Diese Templates sind Beschreibungen, wie ein HTML-Dokument, das eben als Antwort an einen Client gesendet wird, erzeugt werden. Dabei gibt es sogenannte Template-Sprachen, die verschiedene Konstrukte, die eben bei Programmiersprachen auch zu finden sind, enthalten. Wir schleifen If-Else-Konstrukte und Platzhalter-Bausteine, um eben eine gewisse Logik in die Templates einzubauen. Dies ist aber rein auf UI-Logik beschränkt. Das heißt, es gibt die sogenannte Template-Engine, die ein Template nutzt und die zugehörigen Daten, die aus dem Model kommen, und daraus eine HTML-Seite generiert, die eben dann an den Client über einen HTTP-Response zurückgesendet werden kann. Wichtiger Aspekt, den man bei Templates nie vergessen soll, die Template-Logik soll wirklich von der Komplexität her sehr gering sein. Hier sollten nur ganz einfache Mechanismen eingebaut werden, um zum Beispiel CSS-Klassen zu setzen oder zu verstecken, verschleifen, um eben Listen zu erzeugen. Aber in keinster Weise sollen dort Algorithmen implementiert werden oder auch Geschäftslogik. Geschäftslogik muss rein im Model bleiben und hat in den Templates nichts verloren. Hier muss man sehr gut aufpassen, dass es eben hier keine komplexen Algorithmen in den Templates befinden. Templates sind meist nicht einfach zu testen. Dort können möglicherweise keine Unit-Tests durchgeführt werden. Und diese Templates sind wirklich rein für die Darstellung der UIs verantwortlich. Die gesamte Logik muss im Model ausgelagert werden. Fassen wir zusammen. Klassische Kernkomponenten einer Web-Architektur sind eben der Front-Controller, der alle HTTP-Requests entgegennimmt, der Router, der bestimmt, welche Action ausgeführt wird, dann eben die sogenannte Action, Action-Controller oder Application-Controller, der die Geschäftslogik, die im Model repräsentiert ist, mit der View zusammenführt. Die View ist verantwortlich für die Erzeugung eines entsprechenden HTTP-Responses und der Action-Controller gibt diesen Response an den Front-Controller weiter und dieser liefert den Response dann an den Client zurück. Die Routing-Ansätze gibt es auf oberster Ebene quasi Convention-Over-Configuration, wo eben gewisse Konventionen, wie zum Beispiel die Ordnerstruktur, einer Software-Applikation verwendet wird, um den HTTP-Request zu einer Action zuzuordnen. Komplexere Konfigurationen werden eben mit einem Configuration-Only oder Configuration-Over-Convention-Ansatz gedetigt. Views werden eben über Templates repräsentiert und wichtig, die Logik in diesen Views soll sehr gering sein. In keinster Weise dürfen dort Algorithmen oder Geschäftslogik enthalten sein.